Und damit ein herzliches Hallo und Willkommen zum Let's Play von Overwatch wieder zusammen mit dem XA. Heute als Mercy und der Mr. Helm als Soldat, wie heißt das? Soldat Pan 70, irgend sowas. Pan 70, richtig. Soldat Pan 70, richtig. Soldat Pan 70 ist da. Alter Soldat, hör mal, das ist schon Veteran. Und Koya? Ja? Mercy hat eine Frage an dich. Ja? Sagt nix. Was? Nicht? Nö, kam nix. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie fest tut es weh? Wie fest tut es weh? Das ist richtig super. Eines direkt vor die Tür gelatscht gerade. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie fest tut es weh? 4, 3, diese Scheiß wird nicht falsch. Ich frag diesen Spuk. Ah, fast. Fast, hab ich fast gehabt. Jetzt müsste down sein. Ja, ist down. Sehr schön. He, er sagt gerade, wenn ich bin auch nicht mehr die Jüngste. Ah, fuck. Da waren wieder welche. Ah. Ah, Granate genau ins Gesicht geschmissen, der Kerl. Ich hab da ein Problem, da oben. Oben. Wir haben ein Geschütz direkt vor der Nase. Wir müssen mal kurz gehen. Ich habe die Fracht. Hopp. Hi. Badum. Fuck, Schütz weg. Aus dem Verkehr gezogen. Tudu. Komm wieder. Da ist die Mission nicht vorbei. Nee, 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 nee. Nichts vorbei hier. Oh, Heilung. Komm. Oh, dankeschön. Immer unterbricht sich jemand seinen Arm. Oh, 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 oh. Nochmal. Hast du nochmal Heilung? Mist. Ja, komm. Ich bin ein bisschen verschwenderisch. Ich hab gerade einen. Mann, der Skala von 1 bis 10 war das eine 8, Xa. Gut so. Und nochmal. du bist da du bist da du bist da das gibt so kein deine blöden Granaten das kann doch nicht wahr sein ach nee er hat sein Moppetier zack oh lala gibt keinen so gibt es keinen verdammt verdammt lauf 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 da ist er sag auf Wiedersehen so fuck ne neun ne neun ne neun ne neun ist er auch gestanden ja ich bin wieder da danke Tür offen Aua Dankeschön scharfschütze genau gegenüber von dem Durchgang fuck ok drüber muss ich das ist ein harter Kampf das ist richtig hart von hinten irgendwo leider ne nicht von hinten wie kann er denn durch das Schild durchschießen Typ gar nicht zu lange an der Position mhm so jetzt reicht's weg da scharfschütze wieder mal irgendwo ich weiß nicht wo ok geschütz oben und scharfschützen das ist eine ganz beschissene Position ok also das geschütz muss weg und die scharfschütze die haben ganz gut was abgebaut komm nicht durch komm nicht durch ne mhm mhm weg oh der scharfschütze ist weg oh komm wo sehr schön komm bei geschütze ist weg geschütze ist weg ja ich hab noch drei rasiert müsste vorwärts gehen ja scheiße oh verdammt verstaßte mann 60 Sekunden 60 Sekunden ran an das Ding es geht es geht bringt nix bringt nix jetzt haben sie mich runtergold kriegen wir es nicht hin nein wir kriegen es hin sind wir da ok naja ok da war ich jetzt mitten im gefecht wiederbelebt man das war nix ja 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 leider ich hätte ihn auch fast gehabt also der war ziemlich tot der Tank von denen aber das war's wir schaffen das sag nicht das war's wir müssen es nur bewegen dann kriegen wir eine Verlängerung und bewegt nö wie wollen wir jetzt vertreten nö ich hab keinen bock mehr war nix niederlage übel was für eine niederlage ok da haben wir aufs Maul bekommen wir waren also ziemlich weit vorne ja aber mhm die haben sich da an der Stelle haben sie richtig gut aufgebaut gehabt mit dem Schütz und den hier das da das stand auch super und dann war noch der hatten die mich auch noch ein Bestchen ich weiß es grad gar nicht ich auch nicht hier geheilt zack ja genau hier mega heiler komm das gibt noch ein episch ich hab Fisch komm einer noch na guck wir waren auch einer weniger kein Wunder so das war halt jetzt ein beinahe episch ja beinahe episch genau naja gut man kann ja nicht immer gewinnen wir hatten zu wenig Zwerge genau wenn wir das mit dem letzten Match vergleicht da hatten wir drei Zwerge war ja eine Verteidigung so jetzt brauchen wir aber wieder eine Verteidigung dann macht das Spaß ich hab nämlich dem Zwerg so einen schönen Skin gegeben den möchte ich euch zeigen und jetzt eine Verteidigung passt auch zu Hollywood der Skin jawohl da ist mein Zwerg zack auswählen komm zeig schon wo ist er muss ich auch machen ja klar die Verteidigung ist jetzt aber wirklich ein Transport ja ist egal Zwerg da ist er mein Zwerg der Rocker ist so cool ihr müsst unbedingt gucken wenn er drin ist ich feier den ich feier den das passt jetzt einfach so zu Hollywood gerade perfekt ist das wirklich ein Transport ja wir machen den Weg frei wir machen den Weg frei das ist überhaupt kein Problem wir sollten Verteidigen doch ja aber wir müssen den Wagen Transport zum zum Ziel bringen was soweit ich das weiß hier guck seht ihr mich wo seid ihr ihr seid schon abgehauen natürlich ne doch nicht wir müssen verteidigen wir müssen verteidigen ja verteidigen ist wir verteidigen ich bin in den Tagsar ich komme ich bin schon da achso falscher Dialekt ähm ähm äh ja jetzt ist es äh der Schwabe ein Zwerg mit Schweizer wär auch gut komm komm direkt vor der Tür hier du kannst hier oben auf den Vorbau einbauen auf den Vorbau ich habe überhaupt keinen Vorbau nicht ah das ist äh blöd Stattkammer hat er ein Brech als sie oder was so ein Rohr oder was wir sind leider nicht da ja noch weiter vorne direkt am Eingang hup ach cool ja wir oben ok ich habe oben gebaut gerade da hat es gesagt ich soll bauen das Geländer weg bauen bin dabei ich kann auch noch eins bauen ich komme da ja jederzeit wieder hoch komm bauen wir es erstmal ein den haben wir schon das ist das ist dann wir sind genau Wie der Zwerg gerade geflogen ist von so ner Biene. Hast du, hast du Schrott einsammeln können? Nein, ich weiß doch nicht, die sind alle ganz unten. Ja eben, die sind so weit unten, ja. Nur aufpassen, aber an uns vorbei kommen sie nicht, es sei denn sie hätten was Fliegendes oder so, ne? Hä, Mist, ich bin down, linke Seite. Ja, ich seh's. Mein Geschütz ist kaputt, Frechheit. Ja, hab ich mein Ultima ordentlich einsetzen können. So. Da, zwei Meter nach hinten, da ist, äh. So, hier ist Rüstung. Achtung, die kommen alle von oben aus dem Gang raus. Ah, fuck. Okay, da oben aus dem Gang, ja. Das war zu spät. Das war zu spät. Ja. Wir sind weg vom A. Ja, das stimmt schon, wir haben sie relativ weit auf, äh relativ früh aufgehalten. Der früh sogar. Dennoch haben wir das Problem, dass wir auch relativ weit vom A-Punkt weg sind. Ah, wir sind jetzt wieder da. Sind sie. noch drei hämmer dann habe ich nicht und die reiche nach hin und die jetzt endlich sollt ihr denn ihr pappt nasen ja nicht viel gekillt aber ich denke nicht sind aber mehr sie sind an der sich eigentlich schon da sie stehen unmittelbar davor gerade das steht doch sehr gut linke seite muss auf Ja. Noch 60 Sekunden. Ah, verdammt. Nein, ich bin nicht... Boah, ich bin beinahe in die Bärenpfanne da rein. Mein Geschütz, mein Geschütz. Noch lebt mein Geschütz. Okay. Hab's wieder rausgeschoben aus dem Raum. 30 Sekunden. Link, links, links Raum. Sehr schön. Sieht gut aus. So, Geschütz hält. Und... Bäm. Sehr schön. Easy. Genau. Nein, easy. Ach, cool. Sieht ja gut aus. Ist der cool oder nicht? Richtig. Richtig, Alter. Sehr schön. Äh, du weißt das mit dem rechten? Rechten Mausknopf? Nö. Das ist dann mit dem rechten... Ja, mach mal. Wenn du demnächst vor ihm stehst, dann äh, machst du mal einen rechten Mausknopf. Der schießt drei Schüsse auf einmal, wie eine Schrotflinte dann. Ach so, ja okay. Hätte ich mal machen sollen, ne? Ah, der Helm war ja auch nominiert. Ach egal. Stand so weit außen. Macht nix. Ich werd's überleben. Dafür bin ich 21. Äh, äh, äh. Aber ich auch bald. 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 Eine machen wir noch, oder? Ja, natürlich. Eine auch noch. Gibt's wieder eine lange Folge. Passt. Ja, okay. Rechtzlich, wusste ich nicht. Ist das auch, wenn man nicht, ähm, 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 im Ultima-Motus ist, ne? Also immer, okay. Das ist quasi Nahkampf. Okay. Nahkampf V gibt's ja auch noch, ne? Ja, das ist V, das ist klar. Aber das war ein Angriff. Was haben wir denn hier? Voll wie gut. Angriff. Auch das von gerade. Oh je, weh. Ähm, was auch, jetzt machen wir mal was ganz Unmögliches. Helm Sniper. Ach du Scheiße. Hahaha, was heißt das denn? Das kann ja nur schief gehen. Was mach ich denn dann mal? Soll ich mal Bogenschütze machen? Ne, Quatsch, wir haben ja genug Sniper dann. Weiß ich. Ach, ich bleib mal dabei. So. Sir, was machst du? Kann auch einen schnell nehmen. Ja, glaub ich, schmeiß weg Granaten. Oh. Das ist cool. Das wird jetzt ganz exotisch hier, die Zusammenstellung. Oh, wir haben so einen Flitzer. Ja, jetzt nicht mehr. Flitzer? Gerade. Ja, der war gut. Ah, den Rollschuh-Typen da. Ich weiß nicht, wie er heißt. Den gekloppten Junkie. Der ist geil. So. DJ meinste. DJ, meinste? DJ Junkie ist da ein Sar. Ja, stimmt. Ja, Junkie. Ja, okay. Der nimmt bestimmt auch was. Ah, hier, kann man wieder Mülle einmal drehen. Mülle einmal drehen. Oh, das war jetzt aber ein schlechter. Geht mehr. Ich geh eine Seite aber raus. Ja, ich stelle dieses Elf. Moment mal. Ich geh eigentlich auch ganz gerne raus. Ich bin drei Vogel. Vorsprung. Achso. Okay. Kann man hier aber auch raus? Natürlich. Hier, Ausgang. Ja? Okay. Ja. Obwohl, ne, komm, ich geh vorne raus. Ich geh mich ein bisschen sperr. Ich hör schon rum. Bummeln. Jaja. Bumm, bumm, bumm. Vier. Drei. Zwei. Eins. Angriff beginnt. Die im Sitz. Und wahr. Kampfhandlung eingeleitet. Das hast du gut erkannt. Mein Blatt. Mein Blatt. Mein Blatt. Mist. Da ist nix mit Schaflitz. Sie sind direkt vor der Tür. Ah, dieser Meck da. Wo denn? Unten der Acht. Wo denn? Haben. Haben. Ja. Okay. Okay. Ich habe den Feind gebunden. Ich habe den Feind gebunden. Ich habe den Feind gefunden. Das hast du schön gemacht. Ich habe den Feind gefunden. Oh, ausgeschaltet. Bastion ist weg. Wir nehmen ein. Ich nehme den Punkt ein. Ich benötige Unterstützung. Jetzt gibt's was auf die Ohren. Sehr schön. Wir kriegen den Punkt. Nein. Ein Headshot. Dieser Bogenschütze. Wir kriegen den Punkt. Ja. Perfekt. Der ist schön. Der ist schön. Okay. Abste? Abste? Abste. 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 Wo denn? Seh keinen. war das war nicht Sack er sich hatte hat er gut gezielt der Bogenschütze ich bin auch der flieger von oben du machst auch fahrer oder was mal kurz von oben eindecken damit wir da mal wieder ein bisschen schieben können woher läufst du? falsche richtung warte ich? nein uuuh hallo Helm oh oh bringen wir sie wieder hin ah Mann ist ja nicht wahr was kann man da mal machen wieso hast du noch? drei stück ja ne dass die sich mal wieder bewegt oder bewegen wir uns? natürlich bewegen wir uns leicht ok ich sehe es gerade nicht so hinter uns hinter uns ist direkt am Auto einer im Haus hier ne äh bestien aha sehr schön weg kommt gleich da war so nochmal gucken stück 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 dort weg damit so es ist schön wenn der so tänzelt ich sehe keinen rechts weiter weiter ah oben oben ist der bastion oben im ich sehe es ich bin da hin leider hat er mich ja der ich glaube der mag mich ganz besonders irgendwie hat er mich heute schon ganz schon oft gekillt zu oft ist unzufrieden wie fracht nähert sich ihrem ziel ab ihm weg ja er ist wohl weg fracht ist unterwegs komm weit ich erwische meine beute immer ich erwische meine beute immer ich wünsche das wäre so oh auch weg für uns auch was denn das war es schon ich wollte gerade noch schießen man ne hat doch noch geklappt na alles ja war gut war gut war gut ja tja der bastion ach ach da mit seiner mit seiner mit seiner ulti ja 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 er war gestern bei mir beim live stream dabei hey echt ja echt cool sie waren aber irgendwie ach ne sie sind wahrscheinlich schon 2 rausgegangen oder oder am ende haben sie verloren der ist aber auf die gegenseite gewesen ja ja pui hier zack genau eiler der war gut 7 wahnsinn also gut dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder dann mal schauen wen wir dann auspacken genau wir haben es ja auch mal wieder in anderen spielen eigentlich mal einen anderen helden genau mal schauen vielen dank fürs zuschauen machts gut tschüss tschüss tschüss